Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Minecraft, Prison, Valhalla, alles zusammen in einem Paket mit Red. Keine Ahnung was das für eine Ahnung war, war ganz cool. Ja, das heutige Ziel ist, Red hat ja jetzt 30 Level, schaut in seiner Folge vorbei, die hat er jetzt und jetzt kann er den Bogen verzaubern. Vielleicht kriegen wir ja da sogar auch gleich direkt OP drauf. Stimmt. Also wir haben jetzt, was labere ich eigentlich, ist jetzt eigentlich nicht. Ich habe einen neuen Bogen hier gecraftet und auf Level 30 kriege ich für drei labs, latz und drei Erfahrungsstufen kriege ich die Unendlichkeit. Und ja, ich drücke da einfach mal drauf, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir haben nur eine Sicherheit drauf bekommen. Ganz entspannt. Als ob wir ehrenlos, man. Naja, auf jeden Fall. Ehrenlos. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier diesen, äh, die Unendlichkeit im Bogen und den brauchen wir ja, weil ihr habt ihr gewünscht, dass wir schon auch, naja, ist schon wieder ein Creeper. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir ins Nether gehen. Äh, ins End meine ich, London. Da muss ich gerade überlegen. Warte mal ins Nether. Äh, genau. Oh, Junge. Das Ganze werden wir jetzt dann auch gleich mal irgendwie vonziehen. Wahrscheinlich aber in Reds nächste Folge. Dann müssen wir uns auch ein bisschen vorbereiten, weil ich habe, ich habe null Rüstung. Musst mir ja kurz in deinen Reden reinkriegen. Da haben wir noch Bücher. Bücher? Bücher. Unverzauberte Bücher. Wir haben keine Leder, glaube ich, aber, äh, Zukunft haben wir. Hä, ich glaube, wir haben sogar, haben wir sogar noch Bücher? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sollten wir uns vielleicht mal. Das war 12 Leder. Natürlich. Sollten wir uns mal, äh, Eisenrüstung. Du hast ein bisschen Full Iron, oder? Ich bin die ganze Zeit Full Iron. Ja, ich glaube, ich würde nämlich auch weniger sterben, wenn ich mal Full Iron hätte, weil ich glaube, die ganze Zeit. Ich glaube, du kriegst trotzdem verdammt viel Damage. Ja, klar, aber weniger ist, wenn du gar nichts bist. Epizzenz 3. Schlusssicher, Stärke 1. Und was kriege ich auf einen Axt? Glück 2 Axt. Glück auf eine Axt ist egal. Aber kannst du mal bitte, wir machen jetzt einfach mal, damit wir das auch mal irgendwann machen können, wir machen jetzt einfach auch mal aus der Dias, gebe 2 aus für ein Dias-Schwert, damit wir irgendwann den einen Erfolg auch machen können. Ja, das müssen wir machen. Was wir auf einen Dias-Schwert verzaubert kriegen. Dias-Schwert, Nemesis, der Gnie-Füßler 4. Das bringt uns halt gar nichts. Ja, klar, nee, das bringt uns nichts. Ich verdachte jetzt erstmal die zwei Bögen zusammen. Wir wollen ja nicht gegen Spiderman kämpfen. Hä? Achso. Ja. Du hast mich verwirrt. So, das kostet nicht viel. Das geht nicht, ich kann... Doch. Ich dachte... Hä? Wenn ich den Bogen mit dem Vollverzauberung, mit dem Flammebogen kombinieren bin, das geht nicht. Aber wenn ich den Unendlichkeitsbogen mit dem restlichen guten Bogen verkombinieren bin, das kostet. Ordentlich Level. Alles klar. Jetzt haben wir eine Unendlichkeitsstärke. Fünf Schlag, zwei Flammebogen. Ah, da hat sich Reparatur weggecraftet. Oh nein. Lol. Ja, ist ja egal. Ja, aber ist schade. Jo, ist es halt. Kann eigentlich... Wie heißt unser Villager jetzt nochmal? Ich weiß den Namen nicht mehr. Der heißt noch gar nicht, weil der hat keinen Namen. Ach, stimmt. Hast du den Kommentar noch? Nicht, dass wir das vergessen... Ja, ja, ich hab den Kommentar. Ah, okay. Ich brauch halt Schärfe auf einem Buch mal. Ja. Ich aber nur Stärke. Ich hab jetzt schon Stärke 2 und 1. Aber egal. Ich geb jetzt nicht meine Level noch mehr aus. Deine Speziaris. Ich hab mich gerade gefragt, wieso geht es nicht mehr so schnell. Hä, das ist super bürgernd, dass ich den Sound nicht höre. Sondern nur du. Ja, aber ich höre den. So, Mein King, ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt auf den Kampf vor. Das heißt, ich hab den krassen Bogen. Das heißt, ich hab eine Nettlichkeiten. Du kriegst den Bogen mit, äh, ja. Ja, wir werden so 20 mal sterben, Alter. Wartner, ich crafte dir auch noch einen guten Bogen, ja. Oh Gott, ich hab jetzt weiter. Das Ding ist geflutet. Ja, hab's genau. Hast du Level? Äh, nee. Also, das ist 4. Weil ich bin immer wieder gestorben halt. Weil ich muss nämlich auch mit Stärke 4 Buch. Aber das Problem ist, da ist Schärfe 3 drauf. Und Schärfe 3. Das ist ja ein Schwert. Ja, ja, ich hab das da reingetan. Also, ähm. Okay, war es noch umgeessen? Wir haben halt 3, äh, zweimal Schärfe 3 Buch. Aber wir brauchen einfach, okay. Äh, Fackeln müssen wir ja nicht mitnehmen, oder? Fackeln bringen uns ja nix. Nö. Soll ich mir noch einen Eisenschwer machen, weil wir nicht kommen mit einem, äh, äh. Ja, mach dir ein Eisenschwert. Ich muss ja auch noch, mach mir auch noch eins, weil meins ist eigentlich, also meins ist halt quasi schon kaputt. Geil. So, Reparatur. Da mach ich jetzt Schärfe. Stärke drauf. So. Mach ich da Schlag drauf. Oh, endlich ein Schwer, Mann. Endlich ein richtiges Schwert. So. Äh, dein Schwert ist hier. Ich hab für dich auch noch ne Stärke 4 Bogen. Nice. Hier, warte. Ähm. Soll dir Werkzeuge mitnehmen? Okay, Spitzhacke vielleicht. Äh, ja. Spitzhacke. Ich hab ne Spitzhacke und ne Axt. Weil Axt macht mehr Damage, aber da darfst du nicht so spammen. Okay, aber dann nehm ich, mach ich mir auch noch ne Eisenast. Mach den Wassereimer. Also mach nen Wassereimer musst du mitnehmen. Hab ich, hab ich. Okay. Ich guck mal kurz nach. Meine Chessblade war fast kaputt. Da crafte ich mal die zwei Iron Chessblades zusammen. Meine Hose war fast kaputt. Vielleicht noch ein bisschen Blöcke mitnehmen. Ja, hab ich schon welche. Okay. Essen, Wasser, Rüstung, Filmen. So, Essen hab ich auch. Enderperlen brauchen wir. Oh. Haben wir noch Enderperlen? Ich weiß ja nicht. Musst du umgucken. Ich hab drei. Aber. So, du kannst dir ja mal die Pfeile craften aus all den Feuerstein-Dinger, die wir haben. Weil ich brauch ja nur einen Pfeil. Den ich im Inventar habe. Ähm. Kann wir scheinen? An Federn mangelt es uns nicht. Ja, ich hab drei Enderperlen, aber das scheinen unsere letzten zu sein. Naja, egal. Scheiß drauf. Ja, ist halt so. Kann wir eh nicht ändern. Ja. Machen wir noch eine neue Eisenhose, aber meine ist fast kaputt. Also die hat halt wirklich nicht mehr viel. Schild hast du hoffentlich? Ja. Digga, aber Pfeile sind eigentlich... Den machen wir mit Pfeilen. Mit oben Feuerstein, unten Federn. Ach so, ich hab's einfach Feuerstein und Federn vertauscht ja mal. Junge, du machst doch nicht hinten an dem... Hä? Wer macht denn hinten an dem Pfeil die Spitze? Ich? Außer du. Okay, ich hab jetzt über ein Stack Pfeile doch noch bekommen. Ja, also ich habe noch zwei für dich. Oh, wow. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Also ich kann ja hier... Stimmt, warte... Ach nee, das ist ja so geil. Das haben sie damals schon direkt reingepatcht, sodass es nicht geht. Ich hab nur noch sechs Level. Ich hab nämlich für deinen Bogen zusammencraften, hab ich irgendwie so 20 Level gebraucht und für meinen halt auch. Ja, aber ich bekomme auch noch Müll auf mein Schwerd. So, haben wir jetzt alles? Blöcke hab ich. Essen hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Okay, Miking, auf. Oh Gott, hier stehen Ende. Soll das eine kurze Folge werden und der Fight kommt dann morgen bei dir, oder? Weil der Fight will halt safe länger gehen, als jetzt noch der Rest der Folge. Wie lange geht denn deine Folge schon? Die geht schon über acht Minuten jetzt zumgleich. Dann ist das jetzt noch die kurze Folge und dich nehmen jetzt noch ein bisschen auf. Ja, genau. Dann können wir dann in der nächsten Folge den Ender-Dran so richtig fertig machen. Oder ist das jetzt die Vorbereitung gewesen, Leute? Oder die Vorbereitung auf den großen Kampf. Dann hab ich nämlich auch einen geilen Titel und für den Thumbnail und so. Ich hab mir einfach heute deinen Thumbnail geklaut. Ja, ich hab's gesehen, Alter. Irgendwie war ich ein bisschen pisst, aber irgendwie fand ich das funny. Naja. Ja, ich hatte nicht mehr so richtig Zeit gestern und auch keine Lust an. Und deswegen gedacht, das passt ja ganz gut. Weil eigentlich haben wir ja das gemacht so. Das passt ja auch. Ja, stimmt, ja. Okay, Leute. Das war's mit der Vorbereitung auf den großen Kampf. Zwar noch nicht in dem finalen Kampf, aber auf den großen Kampf ging ein Monster. Strom namens Ender-Drachen. In der nächsten Folge. Tschüssi. Tschö.